Oh, da kann ich die Tür aufzertrümmern. Oh, voll. Ne. Ich bin nicht. WTF? Echt ey. Hm. Äh. Hm. Sau nix. Ach, guck mal. Zack. Das Ding ist kaputt. Vielleicht muss ich die auch nur zerstören. Zack, zack, zack. Hm. Oder vielleicht auch nicht. Zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Und zack. Null. Ey. Ach, guck mal einen an. Hier ist noch so eine Statue. Ach. Komm. Da ist auch eine. Ja, guck mal hier. Ich glaube, ich glaube, ich kann damit kämpfen. Toll. So blöd bin auch nur ich. Echt ey. Auf nix drauf achten möchte ich. Ui. Boah ey. Okay. Was gibt's denn hier so Schönes? Wir sind eh schon wieder weg. Sage hier. Ach. Ich wollte schon da an der Seite lang. Du, du, du. Zack. Ach ja. Ich glaube, ich muss das Ding zum Runterfallen ziehen. Ach, guck mal. Freunde. Hi. Na, alles klar bei euch? Und? Erledigt. Und du auch. So. Aber war klar, dass hier nur noch mehr sind. Ist ja so ein blödes Nest von denen. Noch mehr. No. Ich glaube, ich muss auch erstmal da lang. Guck mal hier. Machst du eine blöde Statue. Zack. Mhm. Ah. Okay. Bam. 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 Zack. Aber irgendwie hört man das. Krieg Kämpfe gerade nicht so richtig. Bam. Zack. 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 Du auch. Weg mit dir. Zack. Bam. Du genauso. Ey. Was fällt dir ein? Bam. Zack. Weg. Und zack. Bam. Oh, jetzt kommen ja noch mehr. Hallo? Verarschen. Zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Und weg mit dir. Bam. So kannst du die wenigstens gut wegkriegen vor dir. Bam. Zack. Fuck. Autsch. Was fällt euch ein, hallo? Bam, bam. Zack. Und zack. Und du auch? Und zack. Du nicht? Auch. Komm. Und zack. Was ist das? Yay. Geht doch. Ach, Mann ey. Kann man hier klettern? Nö. Schade. Da braucht wieder so komischen Schlüssel. Da ist eine dämliche Tür. Nehmen sie sich diese kiebrigen Bomben und werfen sie auf Objekte und Feinde, bevor sie detoniert. Schlagen sie sie damit, die sofort detoniert. Oh, ja. Ist da was? Nö. Wollt schon sagen. Zack. So. Wie werfe ich die denn? Oh Mann, bin ich blöd. Wie werfe ich die Dinger denn? Ach ja. So würde ich mal sagen. Ach so. Hat auch geklappt. Boah ey. Zack. Und ab nach oben. Hm. Ja, irgendwas nervt hier. Ach guck mal da. Zack. Was haben wir hier drin? Den Schlüssel wahrscheinlich. Ne. Besessenheit. Erhüllt auf der Stelle kriegst du Chaosstufe auf das Maximum. WTF. Äh. Zuweisen. Zack. Zack, zack. Aber da geht's. Ich glaub, die muss ich da runterstoßen irgendwie. Sonst würde man mir die nichts zeigen. Ach guck mal. Zack. Und warm. Okay. Heimgang auf. Guck mal. Da war voll so ein Bug in. Ähm. Gehen wir erstmal hier rein. So. Oh guck mal da. Hier war irgendwas drin. Da würde er nur sehen. Ach nur sehen. Hi. Und Steph. Ich werd die vermissen. Und dich auch. Ach ja. Tja, 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 tja. Ja ne, ist klar. Wie soll man das denn mit uns schön schaffen? Ich schnapp sie dir. Nein. Ging nicht. Irgendwie muss das gehen. Zack. Auch gut. Ist das nix. Guck mal da, Gegner. Ja. Ist klar, wieso der auch immer eben nicht gesprungen ist. Los, komm mal mit dir. Bam, bam, bam. 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 Jetzt hab ich dich erledigt. Zack. Und weg mit dir. Ach guck mal da oben. Zack. Dann wo wir mit dir. Und zack. Hm. Wie soll ich da denn? Würde ich schon rankommen. Ach so. So geht's dann auch. Bam. Ach, sind beide erledigt. Beide runtergefallen. Ah ja. So. Mein Gott ey. Schön laberend hier. Hm-mm. Ach guck mal. Zack. Bam. Zack. 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 Und weg mit dir. Zack. Und du auch weg. Bam, bam, bam. Weg mit dir. Was das? Ach so. Was haben wir hier drin? Jeder Schlüssel drin. Da ist er. Äh. Da kann ich nichts machen. Hier sicherlich auch nicht. Nö. Okay. Also zurück. Ganz nervigen Weg wieder zurück. Hm. Na ja. Ach guck mal. Gegner. Zack. Zack. Bam, bam, bam. Störf. Und weg. Und. Überall. Zack. Ach guck mal. Und du auch. Bam. Ja, hat er auch schon noch geblockt. Ich glaub's ja nicht. Und du. Zack, zack. Ja, warum blockst du Arsch, hallo? So haben wir es nicht abgemacht. Was rüber? Oh, da ist mir voll knapp. Tja. Was ist das hier eigentlich? Kann man kaputt machen? Ach guck mal. Neue Gegner. Bam. Ach guck mal. Bam, bam, bam. Und weg mit dir. Du auch noch die Fresse. Zack, zack. Und weg. Noch welche? Nö. Wollten wir nicht mehr. Wollten wir spielen. Jo. Ist richtig. So. Ui. Der Raum sieht nicht gut aus. Ne. Ach, da ist das Ding, was wir brauchen, um die andere Tür zu öffnen. Das war so klar. Dass das nicht gut aussieht. Hi. Willst du auf die Fresse? Wow, weg da. Bam. Bam. Zack. Ach guck mal. Weg. Bam. Bam, bam, bam. Deine Seelen gönnen mir. Nein. Habe ich dir nicht erlaubt. Wow. Bam. Ach, jetzt aber. Und weg mit dir. Zack. Vorhin zwei Teile. Meins. Auch gerade raufgerückt und dann geht das Tor wieder auf. Die Versiegelung. Ach, guck mal, ich habe es sogar schon bekommen. Jetzt haben wir nicht den tollen Effekt gesehen. Ach, schade. Ja, ja. So. Mal weiter. Und das nächste. So wahrscheinlich aufmachen. Zack, zack. So kommt man auch schnell rüber. Wahrscheinlich kommen wir gleich irgendwie Gegners. Ja, Gegners. Oder auch nicht. Ja, da. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte woanders lang. Na, guck mal. Zack. Zack. Na. Keine mehr. So. So, jetzt ist die neue Tür offen. Noch kurz was trinken.